Eine Nachricht aus Wien. Es ist ein Thronfolger. Preußen will die Führung im Deutschen Bund. Jeder weiß, dass ihr einem Krieg nicht lange standhalten werdet. Also hattet auch ihr noch nie eine echte Freundin? Ich... Otto von Bismarck dringt mich zu einem Krieg. Und was wollt ihr dann von mir? Die Waffen sind bereit verschickt zu werden, Graf von Bismarck. Aber was, wenn die Ungarn nicht forthalten? Wenn sie diese Waffen gegen uns verwenden. Graf Andraschie. Was ist ein Krieg gegen Preußenkort? Wir brauchen eure Loyalität. Wie viele Salate haben die Preußenkorten? Woher ist ihr? Sisi, un nou sezon, sâmbătă și duminică, de la 11.30 seara, la canal de 2.